Leute, jetzt wo klar ist, offiziell, dass der Release von X-Define doch noch ein Stückchen auf sich warten lässt. Man vermutet übrigens spätestens, das hat Mark Rubin selber so nicht gesagt, aber es soll ein spätestens Zeitfenster von März 2024 geben. Wollen wir mal nicht weiter drüber nachdenken, ich hoffe es kommt definitiv eher. Aber was Inhalt dieses Videos sein soll, es soll einen neuen Spieletest geben, das hat Mark Rubin selber angedeutet, wann genau der startet, ist noch nicht ganz klar. Erfahrt auf jeden Fall auf meinem Kanal, also dranbleiben, abonnieren für weiteren X-Define-Content. Da muss ich lang zeigen. Ein Spieletest für die PS5, Xbox Series X und PC, diesmal nicht PC-exklusiv und es soll über ein ganzes Wochenende gehen. Wie gesagt, welches Wochenende jetzt in den kommenden Wochen oder Monaten, wissen wir nicht. Voraussichtlich von einem Freitagabend bis zu einem Montagmorgen, ungefähr so müssen wir es uns vorstellen. Wenn ich mehr dazu erfahre, erfahrt das auf jeden Fall bei mir. Das war es schon wieder von mir, bis zum nächsten Mal, da rein, ciao.